Wir alle sehen uns nach guten Freunden, aber nicht immer tragen die Menschen in unserem Umfeld dazu bei, dass wir uns glücklich, unterstützt und geliebt fühlen. Heute habe ich fünf Arten von Freundschaften für dich, bei denen Vorsicht geboten ist. Vor kurzem habe ich ein Video darüber gemacht, wie uns unser Umfeld beeinflusst. Nämlich je nachdem, wie die Menschen in unserem Umfeld drauf sind, welche Haltung sie zum Leben haben, welche Überzeugung sie mit sich herumtragen, welche Erfahrungen sie geprägt haben, beeinflussen sie auch unsere Gedanken und Gewohnheiten. Das geschieht oft unbewusst und ohne jede böse Absicht. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, hier oben findest du es verlinkt. So können wir halt auch an Freunde geraten, die uns vorübergehend oder aber auch dauerhaft nicht gut tun. Da gibt es Menschen, die uns nur ausnutzen und zu ihrem Vorteil gebrauchen, aber auch Menschen, die überhaupt keine bösen Absichten verfolgen, aber deren Lebenswandel vielleicht einfach gerade nicht zu unserem passt. Heute möchte ich also mal ein bisschen näher auf diese verschiedenen Arten von Freundschaften eingehen und was du in der jeweiligen Situation tun kannst. Los geht es mit dem falschen Freund. Der einzige Freund in der Reihe, die ich dir gleich vorstellen werde, der wirklich kein Freund ist, denn wer sich so verhält, hat diese Bezeichnung nicht verdient. Ich werde immer mal wieder gefragt, woran man einen falschen Freund erkennt. Hier sind ein paar Anzeichen. Er redet schlecht über dich. Er tritt dein Vertrauen mit Füßen und erzählt deine Geheimnisse weiter. Er verbreitet Gerüchte hinter deinem Rücken über dich. Er gebraucht dich nur zu seinem Vorteil. Vielleicht, weil du wohlhabende Eltern hast, weil ihr über einen Pool verfügt oder weil du Kontakte zu dem beliebtesten Mädchen der Schule hast. Er tut dir willentlich und wiederholt weh und oder er lässt dich hängen, wenn du ihn brauchst. Wovon ich hier nicht rede, sind Freunde, die mal einen Fehler machen. Denn wir machen alle Fehler. Das heißt, wenn mal ein Geheimnis ausgeplaudert wird oder dein Freund mal nicht für dich da ist, dann ist es kein Grund, diese Freundschaft sofort zu beenden und zu sagen, der tut mir nicht gut. Sondern darüber kann man reden. Da kann man sich entschuldigen und da kann man auch verzeihen. Freundschaften müssen auch die Möglichkeit haben, zu wachsen. Und jeder Part soll dazulernen dürfen. Aber wenn du wiederholt das Gefühl hast, dass du immer benachteiligt wirst, dass du schlecht behandelt wirst, dass es immer zu deinen Lasten geht, dass du dich einfach nicht gut fühlst, dass dieser Mensch dich immer wieder wiederholt, verletzt, beleidigt, weil sie dir sonst wie wehtut, dann hast du es nicht mit einem Freund zu tun. Und diesen Menschen kannst du getrost in den Wind schießen, denn du brauchst niemanden in deinem Leben, der dir in den Rücken fällt. Verwende deine Energie lieber auf Menschen, die es verdient haben und zeig allen anderen, dass du so nicht mit dir umgehen lässt. Zweitens, der selbstsüchtige Freund. Seine Welt dreht sich nur um ihn. Er stellt sich überall in den Mittelpunkt und denkt immer nur an sich. Besorgt sich das VIP-Ticket, aber für dich war leider nichts mehr übrig. Oder erlebt die Abenteuer, während du Schmiere stehen darfst. Nicht immer steckt hier eine böswillige Intention dahinter. Manche Menschen merken einfach gar nicht, wie sehr sie sich in den Mittelpunkt stellen, wie sehr sich alles um sie dreht und wie viel sie nehmen, ohne zurückzugeben. Das kann also helfen, das mal anzusprechen, zu sagen, wie du es empfindest, wie du diese Freundschaft empfindest, wie du dich darin fühlst. Manchmal ist das aber auch von der Person gewollt, dann will sie sich besser fühlen, indem sie dich herabsetzt, indem sie dich immer die zweite Geige spielen lässt. Und wenn das so ist, dann solltest du unbedingt Grenzen setzen und dich davon ganz klar distanzieren. Denn wenn du die Dinge so weiterlaufen lässt, dann ist das katastrophal für dein Selbstwertgefühl. Du gewöhnst dich mehr und mehr daran, dass es irgendwie okay ist, dass die anderen immer das Bessere kriegen und dass du selbst immer irgendwie die zweite Geige spielst, immer hinten anstehst, dass deine Bedürfnisse nicht wichtig sind. Du hast es genauso verdient, all diese Abenteuer zu erleben und den Prinzen zu küssen, wenn du ihn denn küssen willst. Also lass dir von niemandem einreden, dass du an den Ofen gehörst oder dass du nur gut dazu bist, die Stube zu fegen und dass du es nicht verdient hättest, ebenso im Mittelpunkt zu stehen oder all das zu bekommen, was du haben möchtest. Drittens, der destruktive Freund. Dieser Freund verfolgt überhaupt keine bösen Absichten, aber er führt gerade einen Lebenswandel, der deinem diametral gegenübersteht. Das heißt, er zieht dich herab und er führt dich an diese destruktiven Verhaltensweisen ran, die du gerade gar nicht gebrauchen kannst oder von denen du loskommen möchtest. Das kann zum Beispiel ein Alkoholikerfreund sein, der immer wieder über die Stränge schlägt und dich eben auch dazu überredet oder dich dazu bringt, dass du viel mehr Alkohol trinkst, als du es eigentlich machen möchtest. Oder die Freundin, die ständig irgendwie die Nacht zum Tage macht und dich von all den Dingen abhält, die du eigentlich machen willst. Auch diesen Freund musst du nicht sofort in den Wind schießen, aber es ist vielleicht ratsam, den Kontakt ein bisschen mehr nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Also vielleicht den Alkoholikerfreund in Situationen zu treffen, wo man nicht Alkohol trinken kann. Oder die Freundin, die immer die Nacht zum Tage macht, lieber zum Nachmittagsspaziergang zu treffen und eben nicht nachts mit ihr durch die Clubs zu tingeln. Viertens, der pessimistische Freund. Das ist diese Person, die alles schlecht redet und an allem etwas auszusetzen hat, die einfach immer alles negativ sieht und schon wenige Minuten mit dieser Person in einem Raum reichen, um dich vollkommen ausgelaugt und erschöpft zu fühlen. Vielleicht hast du diese Person ja im Grunde deines Herzens total lieb, aber stellst zunehmend fest, dass dich ihre Gegenwart einfach zunehmend belastet und erschöpft und runterzieht. Auch hier kann es helfen, der Person mal mitzuteilen, wie du dich in ihrer Gegenwart fühlst. Denn, wie gesagt, nicht allen Menschen ist bewusst, was sie für eine Energie ausstrahlen oder wie sie sich verhalten. Das heißt, sprich das ruhig mal an, wenn du das Gefühl hast, diese andere Person, dein Freund, redet immer nur negativ und sieht alles immer nur schwarz und redet alles immer nur schlecht und zieht alles herunter. Und es kann ebenfalls helfen, dass, wenn du gezielt versuchst, das Gespräch immer wieder auf etwas Positives zu ziehen. Wenn du also sagst, was gibt es denn jetzt mal Positives zu berichten? Was ist denn gut gelaufen heute? Was war denn eine schöne Sache in deiner Beziehung? Oder einfach immer wieder versuchst, so ein bisschen die positiven Inhalte hervorzuholen. Dadurch kannst du natürlich erstens diesem Mensch helfen, auch mal ein bisschen mehr Balancen, seine Sichtweise zu bekommen, aber natürlich auch dir helfen, dass die Gespräche wieder vielfältiger werden. Wenn das aber alles nicht fruchtet, wenn diese Person da total änderungsresistent ist oder sich vielleicht auch einfach gar nicht ändern will, dann kann es manchmal ratsam sein, dich ein bisschen von dieser Person zu distanzieren, einfach den Kontakt vielleicht ein bisschen einzuschränken, damit du für dich nicht immer diesen Zustand hast, dass du danach vollkommen deprimiert und ausgelaugt bist. Fünftens, der Freund in der Krise. Wenn Krisen über lange Zeit fortbestehen, dann kann auch dieses Gleichgewicht aus Geben und Nehmen in einer Freundschaft bedroht sein. Man redet immer nur über die Krise. Dein Freund ist natürlich konstant schlecht drauf. Es dreht sich immer nur um ihn. Er kriegt wahrscheinlich überhaupt nicht mehr mit, wie es dir geht, weil er hat überhaupt keine Kapazität zu sehen, wie es dir geht, was du machst und für dich da zu sein. Stattdessen bist du immer nur für diese Person da. All das kann zunehmend belastend sein und wirklich über die Dauer an deine Substanz gehen. Natürlich geht es nicht darum, diesen Freund sofort abzusägen, wenn es ihm schlecht geht. Das wollen wir natürlich nicht machen, denn Freundschaften basieren ja auch darauf, dass wir füreinander da sind, wenn es jemandem nicht gut geht. Aber es ist wichtig, dass du in diesen Situationen weiterhin deine Grenzen beachtest, dass du klar guckst, was kannst du leisten und was kannst du vielleicht nicht mehr leisten? Wo sind deine Ressourcen auch erschöpft? Du bist schließlich auch kein Therapeut. Du bist nicht dafür da, die Lösung zu finden oder diese andere Person zu therapieren. Und insofern, auch hier, sprich das an. Sag, wie du dich fühlst, wann du erschöpft bist, was du leisten kannst, wo deine Grenzen sind. Bitte diese Person vielleicht auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sag ihr, wenn du nicht weiterhin über dieses Thema reden kannst oder nicht bei jedem Gespräch und für die gesamte Dauer über dieses Thema reden kannst. Sei weiterhin für diese Person da, aber in einem Rahmen, den du leisten kannst. Du siehst, es gibt verschiedene Arten von Freundschaften, die vorübergehend nicht gut für dich sein können oder die dir einfach nicht gut tun. Und wenn man über diese Thematik redet oder darüber liest, dann hört man immer gleich, diese Freundschaften alle sofort abzusägen, diese Menschen irgendwie aus seinem Leben zu entfernen, diese toxischen Beziehungen oder Freundschaften, toxische, negative Menschen. Aber nicht immer haben diese Menschen böse Absichten. Und ich finde es vollkommen verkehrt, diese Beziehungen dann immer sofort zu beenden. Dann können wir am Ende, vielleicht stehen wir dann auch irgendwann alleine da und haben niemanden mehr oder haben niemanden mehr, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir vielleicht in der Phase sind, wo wir einfach gerade alles sehr negativ sehen. Es geht viel eher darum zu sehen, wie die Dynamik in den Beziehungen zu deinen Mitmenschen ist. Was tun diese Beziehungen für dich oder wie fühlst du dich in ihnen? Wo besteht vielleicht auch einfach Optimierungsbedarf? Was könnte man mal ansprechen? Worüber sollte man vielleicht mal reden? Trenne dich von Menschen, die dich absichtlich schlecht behandeln und distanziere dich von solchen, die schlechte Gefühle bei dir hinterlassen. Und gestalte den Kontakt zu allen anderen aktiv mit, sodass du sie unter deinen Bedingungen und so, wie es für dich gut ist und wie es dir gut tut, sehen und treffen kannst. Es ist nämlich ein Zeichen von Selbstfürsorge und Selbstliebe für dich einzustehen und klare Grenzen zu setzen. Und es ist ein Zeichen von Selbstliebe, wenn du dir dein Umfeld aktiv so gestaltest, dass du darin bestmöglich aufblühen und wachsen kannst. Über dieses Thema habe ich übrigens gerade auch ein Buch geschrieben, nämlich dazu, wie du dir selbst die Liebe geben kannst, die du verdienst. Und wenn dich das interessiert, dann schau mal unten in der Infobox vorbei. Da habe ich nämlich meine E-Mail-Liste verlinkt. Ich erstelle nämlich dann immer eine kostenlose E-Mail-Liste, in die sich alle Menschen eintragen können, die einfach die Informationen zu diesem Buch haben möchten und die natürlich auch einen besonderen Bonus bekommen, weil sie meine liebsten Menschen sind. Abgesehen davon freue ich mich natürlich, in den Kommentaren von dir zu hören. Vielleicht möchtest du mir mitteilen, welche Arten von Freundschaften du so in deinem Umfeld ausgemacht hast oder vor welchen Herausforderungen und Problemen du gerade stehst. Und wenn dir das Video geholfen hat, wie immer, ein Daumen nach oben freut mich sehr und unterstützt meinen Kanal. Und was mich noch mehr unterstützt, ist, wenn du den Kanal gleich abonnierst und wir uns ab jetzt jeden Sonntag wiedersehen. Bis dahin, mach es gut. Bis dahin, mach es gut.